Also das ist Geschichte von Frankfurt. Das ist vorbei. Vorbei für immer. Das war die FAZ. Genau, das war die FAZ. Obwohl wir sie gar nicht unbedingt gelesen haben, aber es ist trotzdem traurig. Aber das ist so, ich wohne ja hier in dieser Viertel. Ich habe ja gar nicht so bewusst. Und so, was ist denn meine Viertel? Vor allem, was passiert jetzt mit all diesen Gebäuden? Also die sind ja abgerissen, aber was kommt dahin? Also bestimmt nicht sozialverträglich, kann ich mir vorstellen. Also es muss teuer sein. Und es wird viel, die Umwelt wird ganz schön verschmutzt. Also das hätte man vielleicht auch anders planen können. Also sag mal ein letztes Wort über deine Arbeit. Der Fotograf. Genau, lauter sprechen. Da fällt mir doch nichts mehr zu ein. Aber sein Name ist Thorsten Faber. Jawoll.